Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, wie in der letzten Folge versprochen, befinden wir uns heute auf der Intensivstation. Ich hoffe, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt und dass ich nicht zwischendurch irgendwelche Hustenanfälle bekomme. Weil es mich gerade auch ein bisschen erwischt hat. Ich muss zwar zum Glück nicht auf die Intensivstation, aber mich hat die übliche Sommergrippe ein bisschen erwischt. Und ja, ich bin fleißig meinen Tee am Trinken, Vitamin C und Zink und Selene am Nehmen und dann passt das schon. In ein paar Tagen bin ich dann wieder richtig hell auf und solange ich Nasenspray drin habe, kann ich noch einigermaßen gut reden. Ansonsten würdet ihr mich nur in einer Saal hören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einmal an. Schwierige Zeiten. Verdiene zwölf Herzen durch das Verschieben von Betten. Jetzt habe ich nur ein einziges Problem. Ich habe seit fast ein oder zwei Monaten nicht mehr spielen können, weil wir ja bekanntlicherweise die Handwerker hier im Haus hatten. Sprich die Dachdecker, die hier ständig am Bohren klopfen und weiß ich nicht, was waren. Ich hoffe, ich kriege das noch einigermaßen hin. Wir werden sehen. Oh nein, bitte sag mir, dass du nur ein paar Dinge aussortierst. Nein, ich arbeite nicht mehr länger im Little Creek. Ab heute hat Victor hier das Sagen. Es tut mir so leid, Daniel. Meine Mutter und mein Bruder. Ich habe gehört, was passiert ist. Ist schon in Ordnung. Ich verstehe das. Es war ja auch meine eigene Schuld. Ich durfte meine ärztliche Zulassung behalten. Ich schätze mal, dass ich dafür dankbar sein kann. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, es war ein langer Tag. Ich muss das erste Mal alles verarbeiten. Das müssen wir wohl beide. Hm. Wir können wirklich keine zusätzlichen Betten mehr für die Intensivstation unterbringen? Siehst du hier noch Platz für mehr Betten? Dann muss ich wohl bei Materialkostenansparungen vornehmen. Anscheinend läuft dein Tag auch nicht gerade rosig. Ach was, da braucht es schon mehr, bevor mir dieser Möchtegern die Laune verdirbt. Ah, jetzt habe ich wieder einen neuen Bereich und wieder überhaupt gar kein Geld hier. Ah, okay, okay, okay. Also, wir können die Betten verbessern. Das ist wahrscheinlich nur, wenn die warten, nehme ich mal an. Oder? Alle Nachrichten, Notizen an dieser Pinnwand lassen Alicen schneller laufen. Ah, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich tendiere ehrlich gesagt dazu, erst mal zwei Betten zu nehmen. Dank dieser bunten Vorhänge, ach so Vorhänge, verlieren die Patienten in den linken Betten langsamer ihre Herzen. Ah, okay, das ist dann direkt für beide, so wie es aussieht. Weil dann hätte ich nämlich genau das. Oder ich könnte, das ist für die, die warten wahrscheinlich. Manch ein Anblick und der Duft dieser frischen Blumen sorgt dafür, dass die Personen am Tresen langsamer ihr Herzen verlieren. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt erst mal die Betten. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Oh ja, perfekt, das ist wirklich für beide Betten. Äh, und ich Idiot habe gerade festgestellt, dass wir unten auch noch Stühle haben. Ich hätte vielleicht doch lieber zwei Stühle nehmen sollen. Aber gut, ähm, ne? Top, die Wette gilt? Oder wie war das? Wir hoffen mal unser Bestes. Oh je, oh je. So, schnelle Behandlung. Was soll ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Hallo? Ja, alle nach oben? Okay. Das wäre schön, wenn man das vorher wüsste. Ähm, das ist kein Patient. Das ist ein Patient. Komm, zeig her. Was ist das? Ah. Kaffee? Wieso soll ich die zum Kaffee schicken? Naja, egal. Äh, irgendwas muss ich mit ihr anscheinend auch noch machen. Achso, das ist die eine Patientin gewesen. Okay, okay. So, du, ähm, Stuhl. Dich betütteln wir jetzt nochmal eben. Du Stuhl dahin. Du Kaffee. Zu dir gehen wir jetzt auch nochmal eben schnell. Zu dir gehen wir auch nochmal schnell. Ey, soll ich die jetzt hier nur betütteln? Oder was ist hier los? Also, es kommen Leute. Achso, das muss ich machen. Achso. Ah, haha. Ähm, okay. In der Zeit machst du das bitte. Ah, da muss ich schon wieder tippen. Ah, ja, 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 ja. Dies setzen wir schnell nach oben. Ah, da abrechnen bitte ganz schnell. So, das Wasser einmal nehmen. Äh, hallo. Achso, okay. Ähm, die dahin. Die dahin. Keine Ahnung, was die da macht. Da, das dahin. Ah, ja, 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 ja. Moment. Wasser habe ich noch? Du dahin. Ist die eine jetzt abgehauen oder was? Ach, ich muss schon wieder... Oh, ich hasse es, wenn ich am Anfang überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich machen muss. Okay, du betüttelst ihn. Ah, wäre ganz gut, wenn ich mich auch um die Patienten im Bett kümmern würde, ne? Schnell, schnell, dahin. Los, schnell, schnell. Du gehst nach oben. Äh, du. Keine Ahnung, was wir mit dem Gerät machen. Du gehst dahin. Hallo. Achso, das muss ich dahin schieben. Okay. Äh, oh Gott. Ich bin hier gerade heillos überfordert. Kümmere dich um die Patienten, bitte. Nach oben, nach oben. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Position ist, aber wir machen es einfach. Du gehst nach da. Äh, schnell Wasser. So, das machen wir mal eben schnell dir. Hallo, ich sehe meine Maus nicht mehr. Doch. Die wollte Wasser haben. Was soll der Scheiß jetzt? Wieso hatte er das Wasser? Achso, ich habe nicht geklickt. Ach, so ein Mist. Eieiei. Okay. Äh, das brauche ich noch. Du, nach da. Du, nach da. Das Ding habe ich jetzt. So. Schnell nach da. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Nach da. Ja, komm, mach. Mach es an. Okay. Zweimal hin und her. Okay, okay. Komm, nimm den schnell. Der guckt so doof gerade. Der auch. So, der nach oben. Äh, du, du, du kannst jetzt noch da. Du kannst noch da. Und schnell abkassieren hier. Äh, 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 äh. Ich darf auch gar nicht mal. Oh, Leute. Ernsthaft? Ich darf auch gar nicht mal reden. Ah. Äh, kümmer dich mal eben um den. Das ist eigentlich der Falsche. Aber egal. Ach, diese Tipp-Aktion schon wieder. Okay. Da hin. Du da hin. Tippen. Mein Gott. Äh, du da hin. Komm, mach den mal eben. Tippen. Ähm, weil irgendjemand wollte da gerade noch drauf. Ich hab's vergessen, wer es war. Scheiße, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Der ist es. Zack. Du schnell zu dem rüber. So, schnell hier. Dinsen. Äh, da. Wie, wie, wo krieg ich denn jetzt die? Achso, die stehen hier einfach rum. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, du da hin. Du da hin. Ja, 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 ja. Mecker nicht. Komm. Du da hin. Ja, ja, ja. Du da hin. Äh, dann das. Tippen. Das. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach das doch endlich, Mann. Tippen. Abkassieren. Du kannst da hin. Ich hab irgendwie keinen Platz für gar nichts mehr. Hilfe. Ah. Komm, schnell. Behandeln, behandeln. Ähm. Du da hin, bitte. Ja, du, du kannst jetzt nicht mehr da hin. Oh, komm, tipp, tipp einfach. Du da hin. Ich bin überhaupt nicht gestresst. Nein. Äh. Da hin. Wir haben zwei Leute mit Wasser. Einmal. Zweimal. Du da hin. Ich hab doch keine Ahnung. Da hin. Nein. Jetzt nerv mich nicht mit Schichtende. Da hin. Ich hab zwar extra zwei gemacht, aber wenn ihr das nicht wollt. Ja, ist mir egal, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Oh, mach hin, damit ich da zu dem Typ nach unten komme. Oh mein Gott. So, das nimmst du jetzt mit nach da. Nimm es mit. Komm, mach. Ei, ei, ei. So. Äh, Wasser. Schnell, 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 schnell. Mal eben abkassieren. So, dahin. Äh, dein Platz ist noch nicht frei. Also geh mal da hin. Ja, steh auf. Du gehst da hin. Ja, dann ist die blöde Kuh halt weg. Ist mir auch egal, Mann. So, die noch schnell. Dann den schnell. Oh mein Gott. Die schnell. Aha. Okay, Moment. Hin. So. Äh, Wasser wollte ich, genau. Diese Unterbrechung dann immer. Das ist schrecklich. So, schnell abkassieren zwischendurch. Tschüss. Oh mein Gott. Ich hab überhaupt gar nicht drauf achten können, ob hier irgendwo das Meerschweinchen war. Der Oliver. Ah. Ja, ich geb zu. Dank der langen Pause wusste ich nicht mehr, wie extrem stressig das eigentlich ist. Oh mein Gott. Neues Minispiel freigeschaltet. Ich hab ja jetzt schon Probleme mit den alten Genesungskarten. Heiltere Patienten auf. Und hänge überall Karten mit guten Wünschen auf. Ach du Scheiße. Die Reihenfolge der Karten ist nicht relevant. Sei kreativ. Okay. Mir ahnt echt Böses. Vor allem wusste ich nicht, dass man diese rosa Dinger da immer hin und her schieben muss. Was eigentlich logisch ist, weil es ja nur zwei gab. Aber naja. Wie geht es ihr? Während der OP haben wir erhöhte Giftstoffwerte in ihrer Niere festgestellt. Diese Gifte sind in den Blutkreislauf gelangt und haben von dort aus Unheil eingerichtet. Sauerstoffverlust, Muskelschäden und nicht zu vergessen die Herzrhythmusstörungen. Wir mussten sie in ein künstliches Koma versetzen, um ihr gesamtes System kontrolliert herunterzufahren. Wenn wir sie aufwecken, dann würde sie innerhalb von einer Stunde sterben. Wenn wir nur diesen Check-up durchgeführt hätten. Aber es macht keinen Sinn, was wäre, wenn zu spielen. Ich werde noch weitere Tests durchführen. Falls Victor mir das noch gestattet. Danke, Quinn. Ja, und damit haben wir irgendwie mehr schlecht als recht unsere erste Runde hinter uns gebracht und haben eine neue Herausforderung. Emilies Kantinenübernahme 5. Bleib ruhig und bekomme keine Panik, Emily. Ja, da fühlt man sich irgendwie auch als Nicht-Emily angesprochen. Neuer Artikel. Ja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Okay, euch setzen wir mal zusammen hin. Kaffee. Ich habe schon wieder überhaupt keine Ahnung mehr, wie das Ganze geht. Du setzt dich da hin. Oh, halt, stopp. Oh, den Kaffee, den müssen wir natürlich noch... Äh, das einmal. Zack. Zack, wieso hat die den Kaffee... Achso, ich habe ja zwei Kaffees jetzt genommen, genau. Okay, äh, mal eben abkassieren. Was haben wir denn noch hier? Den haben wir noch. Den können wir mal da hinbringen. Äh, dann mal schnell abkassieren. Ich muss nämlich erstmal gucken hier. Das brauchen wir. Kirsche. Das. Oh, kommt doch alle auf einmal. Kein Thema. Mein Gott, wo ist dieses Senf? Wie geht das nochmal? Moment, das, 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 das. Nein. Das, 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 das. Ich muss ja links anfangen, so eine Scheiße. Okay, okay, einen Kaffee habe ich noch. Ähm. Aber ich bringe mal schon mal nach da. Da. Äh, das, das und das. Dahin. So, keine Panik, Emily. Keine Panik. Komm schnell, komm schnell. Ich muss drücken. So ist brav. Schnell abkassieren. Jetzt stehen die wieder vor den Leuten, die ihre Herzen gleich verlieren. Hallo, jetzt setze ich da hin. Wie oft noch? Äh, Toast. Wo kriege ich die Eier her? Ah, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Achso, das sind Eier. Okay. Okay, Toast. Zack. Toast mit Ei. So, bitteschön. So, dann. Tschüss. Einen Donat. Euch setze ich schon mal hier hin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. So. Oh Gott, oh Gott. Das, das, das. Ist ja schlimmer noch als hier. Reicht das, wenn ich da drauf klicke? Ja, es reicht. Okay. Ähm. So, Moment, Moment. Die will das, das, das. Einmal Kaffee, bitte. Nach hier. Äh. Wen kann ich schon mal hinsetzen? Nein. Achso, die kann ich sowieso nicht hinsetzen. Moment. Ähm. Tee. Komm, 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 komm. Für den hier. Doch, für den. Jetzt mach. Ähm. Das brauche ich noch. Für sie. Das war jetzt eigentlich dumm. Ich hätte zwei nehmen können, aber egal. So. Das, das. Das. Zack. Zack. Äh. Irgendwo haben wir noch die anderen Donuts. Hier. Zack. Wie sollt ihr eigentlich? Zwei übereinander? Ich verstehe es irgendwie nicht. So. Dann. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Oh mein Gott. Was wollen die alles haben? Das. Das. So. Für die. Kuchen, Kuchen. Für die. Oh, was will die denn jetzt noch haben? Mein Gott. Ich dachte, die ist jetzt weg. Ja, mach es. Bring es jetzt endlich rüber. So. Die schnell. Äh. Den Pudding bin ich jetzt gerade noch am gucken. Der ist da. Ja, jetzt lass mich doch da drinnen kicken, Mann. Ach. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht für sie haben. Wie kann ich das jetzt auffüllen? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? So. Nochmal. Dahin. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das auffüllt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Das dahin. Es tut mir leid. Das kann auch irgendwie am Schichtende liegen oder so. Ich hab keine Ahnung mehr. Ach nein. Hier. Ach. Ich bin so dämlich. Ja. 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 Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ich hab's wieder gefunden. So. Da. Und das. 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 Einmal volles. Keine Ahnung, was das darstellen soll. So eine Art Sandwich oder so, glaube ich. So. Kaffee brauche ich zwei. So. Mahina. Ja. Noch einen. So. Einmal für dich. Einmal für dich. Dann das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da schaffe ich niemals noch die zwei zu kriegen. Ah. Okay. Ich hab die zwei noch bekommen. Immerhin. Oh. So. Dankeschön und auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Ja. Bleib ruhig und bekomme keine Panik. So viel dann dazu. Aber ich kann wirklich nur wiederholen. Spielt das Spiel selber. Also ihr geratet so schnell unter Stress und Zeitdruck. Das ist der Wahnsinn. Schicke Besucher innerhalb von zehn Sekunden. Ach du Scheiße. Nach ihrer Ankunft auf die passenden Stühle. Ja. Vergiss das. Das schaffe ich doch nie. Ach stimmt. Die liegt jetzt auch hier. 200. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal was hier rein investieren. Damit die hier besser sitzen. Nicht so schnell die Leben verlieren. Das ist ja. Ja viel mehr kann ich auch nicht machen. Oh je. Und da ist schon wieder was Neues dazugekommen. Okay. Du gehst dahin. So. Das dahin. Dahin. Äh. Schon wieder was zum Tippen. Du dahin. Jetzt geht doch mal der Hochmann. Du dahin. Das dahin. Einmal ein Glas Wasser. Zack. Du. Dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Ach du Scheiße. Was will die? Was will die? Was will die? Muss ich mit der reden nur? Ach das sind diese. Oh. Äh. Moment. Okay. Haha. Wie geil. Das sind aber doch keine. Doch das sind auch welche zum Aufhängen. Okay. Da. Okay. Ach. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Okay. Ähm. Gut. Mal eben. Da oben hin. Ja hallo. Mach es auch. Warum muss man denn hier stundenlang darauf warten? So. Das dahin. Zack. Äh. Das. Das. Es lauft dahin. Mann. Wieso nimmt er das nicht immer beim ersten Mal klicken an? Das ist echt ätzend. Oh nein. Das hasse ich. Das hasse ich. Du. Du musst das so timen. Wieso nimmt er das nicht an? Hallo. Äh. Die dahin. So. Schnell dahin. Ja. Nochmal dahin. Äh. Ich habe hier unten vergessen. Oh. Komm. Ey. Wieso funktioniert das hier nicht? Oh. Du dahin. Das schaffe ich doch niemals mit dem Ding hier. So. Das dahin. Zack. Eben die Behandlung. So. Nimm schnell Wasser. Du kommst dahin. Wasser haben wir hier. Da muss ich nur mit... Ne. Das ist nicht das Sprechen. Das sind die Karten. Ich vergesse es immer wieder, dass das die Karten sind. Das ist ja ätzend hier. So. Mit dir. Hallo. Dahin. Oh. Mein Gott. Okay. Mein Herz. Mein Herz. So. Das nehmen wir schnell dahin. Da einmal. Muss ich nicht drauf drücken. Okay. So. Schnell abkassieren. Das nehmen wir. Dahin. Den können wir auf den Stuhl setzen. Wo wird der hin? Nach da. Das Gerät bringen wir mal hier rüber. Der will da oben hin. Ah. Halt. Ich muss noch ziehen. Da hin. Du nach da. So. Ja. Ja, 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 ja. Mach, mach, mach. Red schneller mit denen. Ach, jetzt mach. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Warum ist der denn? Hä? Ach so. Der ist gar nicht neu reingekommen gerade. Okay. Ah. Komm schon. Wasser, Wasser, Wasser. So. Geh mal schnell. Ach, jetzt geh doch auch dahin. Hoch. 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 Ah. Ich hasse diese Karten. Äh. Zu ihr. Schnell behandeln, bitte. Die setzen wir da drauf. Komm. Schnell, schnell, schnell. Ach. Tippen. Falls irgendjemand dieses Knurren die ganze Zeit hört. Ich hab keinen Kater hier oder so. Das ist mein Magen. Ähm. So, das schnell dahin. Dann schnell dahin. So langsam kommt so ein bisschen Routine auf, hab ich so das Gefühl. Äh. Mir tut nur meine Hand gerade weh und ich müsste mich eigentlich mal ein bisschen drehen mit der Hand, aber das geht alles nicht. Ich hab hier so viel zu tun. Okay. Also meine Hand gelenkt mal. Ich tut mir weh, nicht meine Hand. Äh. Hier unten haben wir eins. Nach da oben. Ich hab's irgendwo gerade gehört. Wo ist er? Wo ist er? Da! Ich hab Oliver gefunden. Oh mein Gott. Ich hab aber ernsthaft bei den letzten ein, zwei Mal noch nicht mal Oliver gehört. Also das war jetzt krass. So, dich stell mal da hin. Ihr werdet mal eben schnell verabschiedet. So. Äh. Du gehst nach oben. Haben wir denn jetzt alle? Oder müssen wir noch einen machen? Ich weiß es nicht genau. So. Also mit dem, äh, innerhalb von, ach, so und so vier Sekunden meine ich. Ja, ich hab dich doch gerade schon dahin geschickt. Mann. Ich kann doch nichts dafür. Wenn er das wieder nicht annimmt. So, dahin. Oh je, oh je. Ja, dann tipp noch mal eben schnell. Nimm dir die Dinger hier. Dahin. Oh mein Gott. Ich will nicht wissen, wie stressig das im richtigen Krankenhaus ist. Ganz ehrlich. Äh. So. Ziehen. Wasser. Einmal für dich. Du auf den Stuhl. Einmal dahin. Oh, das war natürlich jetzt genau die falsche Ecke. Einmal dahin. Eure Wehwehchen. Eure Wehwehchen werden alle sofort behandelt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dann muss ich noch diese dämlichen Karten zwischendurch nehmen. So. Oh. Warte mal. Einmal runter. Hoch. Abkassieren bitte. Die stellen wir nach da oben. Ah. Wen muss ich denn? Äh, wieso wird die jetzt nicht abkassiert? Ja. Ja, 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 ja. Juhu. Sehr geil. Okay. Super, super, super. Zum Abschluss der heutigen Folge haben wir dann doch nochmal alles so perfekt erreicht, wie wir es erreichen wollten. Drei Stern. Wir haben sogar Oliver gefunden und die Herausforderung geschafft. Perfekt, perfekt, perfekt. Ein neues Minispiel ist freigeschaltet. So eine Scheiße. Das sieht irgendwie sehr kompliziert aus. Überwache die Werte der Patienten. Lege die aktuellen Linien über ihre Vergleichslinien, um akkurate Messwerte zu erhalten. Okay. Hm. Ah. Die gemeinsame Sorge. Ja, dann würde ich sagen, anlässlich doch der vielen Zeit, die wir jetzt damit verbracht haben, dass ich die heutige Folge für heute beende, nochmal eben schnell einen Schluck aus meinem Tee trinken werde und dann die nächste Folge aufnehmen werde für euch. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.